Das ist echt abartig fuck, genau, abartig fuck, da sollten sie sich echt schlaunies drum kümmern, also zumindest das Pathfinding, das kann ja nicht so schwer sein, wenn du irgendwie mal, weiß nicht, 500 Meter Vorsprung hast vor den Zombies und gehst in ein Gebäude, kommst die Tür zu, ja, die kommen da rein, die kommen da einfach rein. Doch, Junge, jetzt fick ich dich, jetzt fick ich dich. Die haben von der Gummifrucht gegessen, weißt du, die haben jetzt so Skills wie Ruffy, ja. Oh, geil, A1 Piece, ja, ja, lol. Die haben eine Schwende schlagen, Alter. Ich treffe mit dieser blöden, was ist das, Pitchfork, nichts, ich glaube, man kann mich ja gar nicht treffen, Pitchfork, ja, hab ich auch mal das Gefühl, ja. So, ich boxe gerade auf die Tankstelle ein, was denkt ihr, wie viele Schläge? Also mit der Spitzhack habe ich gerade drei oder drei gebraucht. Wie viele Fäustgiebe braucht man, um eine Tankstelle in die Luft zu jagen? Schreibt es doch mal in den Chat. In die Kommentare. Kommen die durchs Wasser eigentlich? Dauert aber, die können, die sind einfach, die sind Gott. Die können überall. Die Guti, was meinst du seit dem neuesten Patch nicht mehr? Deine Mutti. Oh, scheiße, Alter. Scheiße, er zielt. Oh, renn, renn, renn. Wo? Gegenüber vom Gebäude, das grüne Haus. Hinterm grünen Haus. Oben im Haus, Fenster. Fenster. Ich hab jetzt nicht geschossen. Das wär die Gelegenheit gewesen. Wir sind auch am liebsten. Ja, wir sind auch. Wirklich? Ja. Natürlich, Mann. Boah, wer poldert da nebenan? Linkes Haus? Ja. Ja, aus Deutschland. Mach keine Scheiße, dann passiert doch nichts. Links an der Ecke vom Haus. Roten Haus. Ja, rotes Haus, ja. Ja. Der rennt einfach da hin jetzt, oder wat? Er wurde ermordet. Wer? Einer wurde ermordet gerade. Oh, da sind zwei Player. Scheiße, renn, Patrick. Garage? Weg, oder? Ist Tony jetzt, äh, erschossen worden? Ich weiß, ich hab keinen Plan, wer erschossen wurde. Scheiß Zombie, scheiß Zombie, scheiß Zombie, Bus. Ah, jetzt wurde ich wieder getroffen. Er legt mich nicht. Zombie ist tot. Jo. Ich kann keine Türen mehr öffnen. Warum? Keine Ahnung. Lol. Oh, Alter, no message. Genau jetzt, ne? Ja. Okay, Tony ist tot. Fuck. Kurzen Schnitt hier bei mir, bei mir an dieser Stelle. Habt ihr noch ein paar Minuten? Ich bin jetzt gerade aus Elektro raus. Dann will ich noch mitkommen. Ja, komm, geil. Achso. Ja. Ja gut, das ist auch alles AKM Munition, Licht hier. Nimm dir alles, nimm alles mit. Ja. Wir sind gefangen, der Zombie liegt im Weg. Nee, kannst du drüber kriechen. Verarschen. Ja, wenn du gebüht gehst. Ach Gott, Alter. Echt? Wie viele Stunden, Daisy? Zu viele. Sehr riskant hier, ne? Irgendwie schon, ja. Ich hab ne blaue Mütze auf. Ich verschritte, bist du das? Ja. Voll Panik. Hier liegt ne TTSK-Hochbrose. Nee, Spring Hunter Pants. Ich brauch nur ne Waffe einfach. Hier liegen keine Waffen rum, ist unfassbar. Hier auch nicht. Doch, hier ne. Pff. Loll. Hätte jemand Munition für ne P1 oder CR? Nee. Ich hab gar nichts. Loll. Da liegt doch was. Ja, das ist ne Kerber. Ja. Aber warte. Ich hab doch dieses AKM Muniz-Dings gefunden. Da passen die doch rein. Ah, ne. Das ist M4 Muni. Ja, dann nochmal dick Eier rüber, oder was? Klar, können wir machen. Hast du, ich hab ja auch noch Muni, oder? Alter, die Tür ist schon auf, ne? Okay, ich hab einen Schuss drin. Im Notfall. Wackelt der jetzt bei der Waffe auch? Nee. Der bleibt still, okay. Okay, ja, hier ist alles clear. Ich geh mal nach oben. Okay, auch clear. Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. Bettenraum, clear. Clear, clear. Essen liegt hier nach oben. Treppe, clear. Boah, guck mal, was hier liegt, äh, da. Zucchini. SKS Muni. Was liegt denn da oben noch? Oh, ja, ich clear mal die Tür so lange. Eine Axt, können wir auch mal gebrauchen hier. Eine Assault-Weste. Boah, Alter, jetzt hab ich voll viel Loot, ne? Okay. Bin am Start. Hör doch, ist ein Zombie, ist einer gepullt worden. Ich guck mal. Sieht clear aus. Volki 70. High five. Danke fürs Followen. Dann muss ich doch gleich mal nachgucken. 249. Wer macht es? Wer macht es? Wer macht es? 250, klar. Was, bekommt der Premium, oder was? Nein, Quatsch. Was da so geraucht hat, ist eine E-Zigarette. Okay, ich bin bereit, äh, wir können weitergehen. Ja, dann, äh, ich würde hier auch ganz gern wieder raus. Carabine vor, oder was? Morpheus 86. Und Morpheus 86 müsste jetzt die 250 gewesen sein. High five, Bruder. Du willst also quasi den Tower meiden. Oh, jetzt kommt noch einer hinterher, hier. Achso. Ja, moin. En, Enluxi. Vielen Dank, Leute. Willst du zum Tower, Patrick? Äh, nee. Okay. Ich würde ganz gern mit der Military Base nochmal gucken. Achso, können wir machen. Aber ich, ja, eine geilere Waffe wäre schon geil. Ja, gibt's doch da mit Sicherheit auch. Aber komm, jetzt hier, 251. Und, äh, GKLG Jordan auch noch dabei. Also, Jungs, jetzt übertreibt ihr es, ne? Nein, Hammer, 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 Nice. Daniel, wo bist du? Äh, Höhle. Ah. Go, go, go. Ja, komm, du, zieh den Tower noch schnell. Oh Gott, okay. Alter, jetzt rastet er aber aus, Alter. Mr. Old da wohin? Oder MR, oder M. Roll da wohin? Vielen Dank fürs Followen. Und willkommen beim Stream. Mal sein. Genau. Und High Five, Bruder. Ja, immer sonntags. Ab 18 Uhr. Daisy Stream. Fuck, das ist ja auch immer Tatort. Ja, gut. Aber stellen sie bald ein, habe ich gehört. Media Click. Ja, bei den Mongos. Wo es läuft, weißt du? Tatort eingestellt. Keine Klickzahlen mehr. Und ich strebe so ein bisschen, dreimal die Woche zu streamen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, wenn ich die Zukunft sehen. Ja, dann ein bisschen League of Legends noch und so. Ich will auch streamen, Alter. Alter, ich auch, ne? Es macht halt auch Bock, ne? Ehrlich. Das ist total... Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, vor allem, wenn man dann sowieso irgendwie zocken würde, Oh, goddammit. Okay, ich gehe rein. Achtung. Unter der Treppe, clear. Ich gehe hoch. Ich habe am wenigsten zu verlieren. Sieht clear aus. Trotzdem runter. Wir haben hier noch eine Dose Essen. Die nehmen wir nochmal mit. Ganz viel trinken hier oben. Geh mal hinter das Gefängnis. Hinter den Tower. Das ist dann nicht so geheuer. Loch, alles zu. Ja. Wo ist alles zu? Ja, du kannst nicht mehr hinter die Tower. Einfach so von hier. Ach so. Okay, alles gelootet oben. Okay. Loch, was ist das denn, ey? Das Roulette-Ding? Ihr meint doch nicht Chatroulette, oder? Was ist mit Chatroulette? Night Dive. Vielen Dank fürs Followen. Ja, Chatroulette. Hat einer gesagt, mach doch mal das Roulette-Ding. Okay. Wo bist du? Alter! Schüsse. Ja, hinter dem zweiten Hangar war ein Zombie. Bleib locker. Ja, ich gehe raus und sofort einen Schuss, weißt du? Ja. Ach lol, ihr seid ein Zaun, Alter. Ja, ja, den meinte ich auch. Kali, ich will heute Minecraft streamen. Ja, dann musst du weißt, ich habe kein Minecraft mehr installiert. Ich habe es runtergeschmissen. Gut, dann machen wir das so. Wir machen jetzt doch DayZ, ne? Dann machen wir eine Stunde Age. Dann noch eine Stunde Minecraft. Lol. Alter, Age, ich wäre dabei, ne? Ich wäre auch dabei, ohne Scheiß jetzt. Obwohl ich jetzt auch wahrscheinlich keine Tastenkombination mehr kenne. Ich auch nicht. Aber, außer Haar. Wie sieht es denn aus hier, wenn hier jetzt im Stream, hat da noch jemand Bock, irgendwie Age of Empires 2? AD-Edition. Gleich noch irgendwie, so ein Battle? Schreibt es doch mal in den Chat. Frage an dich im Chat. Von Kali? Ja, kann er ja nachfragen. Ja, genau. Russisch Roulette mit einer Magdmann, das finde ich gut. Chat-Roulette. Ja, ich glaube, das macht erst Spaß, wenn man so richtig sozusagen bekannt ist und die Leute einen dann auch erkennen, so, ne? Sonst, wie wird es los? Oder man hat halt echt eine Nummer, um die irgendwie zu verarschen. Macht immer dasselbe und schaut dann so, wie reagieren die Leute. Show me your boobs oder so. Boops gegen Food? Boops for Food, ja. Das Roulette-Ding, wovon wir mal gesprochen haben. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt haben wir gerade wieder Stuff, ey, nach vier Stunden. Ja, ja. Alter, hier liegt einer. Wo? Holen wir den uns? Also der, der hier liegt, ist schon tot. Hier ist ein Zombie, Daniel. Glaube ich, wir sind gerade woanders. Ich habe ihn getroffen, oder was? Weiß ich nicht. Dann habe ich ihn getroffen. Der hier? Ja, dann habe ich ihn getroffen. Und das habe ich nicht auf Band, Alter. Wie scheiße ist das denn? Der Carabine, Alter. Alter, die Carabine ist mega geil, Junge. Den habe ich voll erwischt. Ja, genau. Fuck it. Hammer, du Killer, Alter. Ich bin aber selber von mir erstaunt, ist ohne Scheiß. Ich habe nur kurz um die Ecke geguckt, geschossen und das war es, oder wie? Alter, Pfarrer. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwie Pistolen oder so? Nee. Nee. Okay. Ja, dann Military Base. Alter. Ja, dass die verzieht kommen, das habe ich gemerkt. Alter. Krass. Krass. Ja, vier Stunden gequält worden. Und jetzt die Rache. Oh, Michelle, hau rein. Ciao, Michelle. Oder bleibst du noch im Stream? Achso. Ich habe ein bisschen aus dem TS raus. Achso, ich nehme ja noch auf, ey. So, ey. Warte mal, ich will mal kurz die Mucke Fakten ein bisschen ab. Habt ihr den Puls gecheckt, by the way? Da lagen die Platte rum, der ist tot. Also, ja, tot war auf jeden Fall. Nee, wegen dem Namen. Nee. Hätte mich jetzt noch interessiert, ob das denn vielleicht ein Fehlschuss war. Da habe ich mir wieder Zeit, dass ich mich in die Luft schieße, ne? Dann mache ich aber in den nächsten Folgen. Das wird wieder geschehen. 1, 2, 3, 4, 5. Vielen Dank.